Oh, so ein Glück! Gerade neulich habe ich gedacht, ich bräuchte einen Sonnenschirm und schon ist er da. So ein Glück! Gerade neulich habe ich gedacht, ich bräuchte einen Sonnenschirm und schon ist er da. So ein Glück! Gerade neulich habe ich gedacht, ich bräuchte einen Sonnenschirm und schon ist er da. Oh, so ein Glück! Gerade neulich habe ich gedacht, ich bräuchte einen Sonnenschirm und schon ist er da. Oh, so ein Glück! Gerade neulich habe ich gedacht, ich bräuchte einen Sonnenschirm und schon ist er da. Abigail, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Abigail, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Abigail, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, der Eingang zum Uhrwerk müsste hier irgendwo sein. Okay, der Eingang zum Uhrwerk müsste hier irgendwo sein. Okay, der Eingang zum Uhrwerk müsste hier irgendwo sein. Und je schneller wir die Uhr zum Laufen bringen, desto schneller machen wir den Campingausflug. Und je schneller wir die Uhr zum Laufen bringen, desto schneller machen wir den Campingausflug. Oh, 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 da! Oh, 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 da! Oh, 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 da! Oh, 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 da! Ich bin in einer Sekunde zurück. Ich bin in einer Sekunde zurück. Ich fand es witzig. 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 Siehst du was das Problem ist? Nein! Doch! Vielleicht! Siehst du was das Problem ist? Nein! Doch! Vielleicht! Siehst du was das Problem ist? Nein! Doch! Vielleicht! Siehst du was das Problem ist? Nein! Äh, doch! Äh, vielleicht? Oh! Eins der Zahnräder klemmt! Eines der Zahnräder klemmt Eines der Zahnräder klemmt Oh! Eins der Zahnräder klemmt Oh! Eins der Zahnräder klemmt Beeil dich, Lucky! Es zieht gerade ein Sturm auf! Beeil dich, Lucky! Es zieht gerade ein Sturm auf! Beeil dich, Lucky! Es zieht gerade ein Sturm auf! Beeil dich, Lucky! Es zieht gerade ein Sturm auf! Beeil dich, Lucky! Es zieht gerade ein Sturm auf! Ich versuch es ja! Es lässt sich nur nicht bewegen! Ich versuch es ja! Es lässt sich nur nicht bewegen! Ich versuch es ja! Es lässt sich nur nicht bewegen! Ich versuch es ja! Es lässt sich nur nicht bewegen! Ich versuch es ja! Es lässt sich nur nicht bewegen! Hier drin ist irgendwas! Vielleicht ein süßes Eichhörnchen oder ein Streifenhörnchen oder vielleicht ein... Hier drin ist irgendwas! Hier drin ist irgendwas! Hier drin ist irgendwas! Vielleicht ein süßes Eichhörnchen oder ein Streifenhörnchen oder vielleicht ein... Hier drin ist irgendwas! Vielleicht ein süßes Eichhörnchen? Oder ein Streifenhörnchen? Oder vielleicht ein... Hier drin ist irgendwas. Vielleicht ein süßes Eichhörnchen? Oder ein Streifenhörnchen? Oder vielleicht ein... Es ist definitiv nicht süß! 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 War es eine Ratte? Nein, es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütender! War es eine Ratte? Nein, es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütender! War es eine Ratte? Nein, es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütender! War es eine Ratte? Nein, es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütender! War es eine Ratte? Nein, es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütender! War es eine Ratte? Nein, es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütender! Ich gehe auf keinen Fall noch mal runter. Ich gehe auf keinen Fall noch mal runter. Ich gehe auf keinen Fall noch mal runter. Wie sollen wir sie dann reparieren? 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 Da drin konnte ich das Zahnrad nicht lösen, aber wenn wir die Zeiger bewegen, vielleicht kriegen wir es dann irgendwie gelockert. Da drin konnte ich das Zahnrad nicht lösen. Da drin konnte ich das Zahnrad nicht lösen, aber wenn wir die Zeiger bewegen, vielleicht kriegen wir es dann irgendwie gelockert. Ich gebe nicht auf. Ich gebe trotzdem nicht auf. Ich gebe trotzdem nicht auf. Ich gebe trotzdem nicht auf. Oh, so ein Glück. Gerade neulich habe ich gedacht, ich bräuchte einen Sonnenschirm und schon ist er da. Abigail, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, der Eingang zum Uhrwerk müsste hier irgendwo sein. Und je schneller wir die Uhr zum Laufen bringen, desto schneller machen wir den Campingausflug. Oh, 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 oh! Da! Bin einer Sekunde zurück. Ich fand es witzig. Siehst du, was das Problem ist? Nein! Doch? Vielleicht? Oh! Eins der Zahnräder klemmt! Beeile dich, Lucky! Es zieht gerade ein Sturm auf! Ich versuche es ja! Es lässt sich nur nicht verwegen! Hier drin ist irgendwas. Vielleicht ein süßes Eichhörnchen? Oder ein Streifenhörnchen? Oder vielleicht ein... Es ist definitiv nicht süß! War es eine Ratte? Nein! Es war ein Haufen Ratten! Und zwar wütende! Ich gehe auf keinen Fall nochmal runter! Wie sollen wir sie dann reparieren? Da drin konnte ich das Zahnrad nicht lösen, aber wenn wir die Zeiger bewegen, vielleicht kriegen wir es dann irgendwie gelockert! Ich gebe... nicht auf! Ich gebe... nicht auf! Ich gebe trotzdem nicht auf! Auch noch mal! Das ist ja auch noch! Ich bekomme die Hände! Ich gebe es einfach mal! Ich gebe es ja noch mal! Ich gebe es nicht auf! Ich gebe es manchmal! Ich gebe es jetzt! Ich gebe es nicht nach Bezüßen! Vielen Dank.